Willkommen liebe Freunde zu einer neuen Arena Runde South of the Old Republic, heute als CD mit dem Lieblings-CD von mir in der Arena. Tatsächlich ist es immer noch der Söldner, wer hätte es gedacht, nicht der Juggernaut. Oder sonst jemand. Ja, der spielt mit Phasengang, war klar. Ja, klar, dass sie jetzt nicht mehr auf mich wollen. Dann holen wir uns hier tatsächlich etwas, das ist der Tag. Scheiße, ich würde ihn machen würden. Den kriege ich noch auf die Bretter. Sehr gut, deren Tank ist weg, unser ist noch da, jetzt haben wir freie Bahn. Kommt Leute, das schafft ihr. Holt euch da den anderen Tank. Ich habe den, die Idee von denen geschreddert, nicht den Tank. Ups. Kommt schon, holt die euch. Hau drauf. Und jetzt, genau, drängt den nach hinten. Pass auf den Hexer auf, pass auf den Hexer auf. Okay, okay, okay. Schade, 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 schade. Kriegen wir noch hin. Kriegen wir alles noch hin. Diese Runde geht an die Faulwürmer. Kann ich die noch annehmen, sehr gut. Kommt, das kriegen wir noch hin. Überrumpeln den Hexer. Oder wer hat gerade am meisten von denen gemacht? Zeit für eine weitere Runde. Zeit für Schmerzen. Gut, ich bleib hinten. Ich bleib hinten. Ich hab'n Plan. Ha! Da geht Dreck in die Bubble, ne? Da. Machen wir mal die Reflekte raus. Genau jetzt. Sehr schön. Ja, die haben halt zwei, Tanks. Schießen wir das noch drauf. Ah, schade. Aber das kann was werden. Das kann was werden. Das ist gut. Das war eine gute Runde. Das war ein guter Plan. Das war eine gute Runde. Erst den anderen Jug. Erst den anderen Jug. Jetzt den Kommando. Jetzt den Kommando. Nicht auf die Reflect Bubble hauen. Okay, sie mulig mir jetzt direkt nochmal als erstes. Ah, die machen. Gut schaden, die beiden. Ich muss mich dringend um den kümmern. Okay, wir haben noch einiges zu tun. Eine Entscheidungsrunde. Ich sollte mal aufladen, das Gas. Vielleicht jetzt auch das Elektronetz einsetzen. Ich glaube, das habe ich eben ein bisschen verbrannt. Nur noch eine Runde und es steht unentschieden. Wer wird gewinnen? Wir ändern, hier lohnt sich jetzt auch nichts groß. Gut, wir gehen da direkt rein. Machen wir weiter drauf. Das kriegen wir hin. Shit. Die Dots müssen es jetzt machen. Kommen wir noch hin. Verdammt! Das ist hier gerade so ein bisschen Chaos. Kontrolle. Einen haben wir mitgenommen. Jetzt geht der drauf. Komm schon. Jawohl! Spannend. Aber wird gut. Yes! Kommt jetzt, haut drauf. Haut drauf, haut ihn um, macht ihn fertig. Und dann ist die Ende. Nicht auf die Reflect Bubble. Aber drei gegen einen, das dürfte jetzt trotzdem noch klappen. Vielleicht kippt hier der Chino noch um, der Hüter. Aber das war es auch. Den dem Elektronetz halt. Jetzt will er nicht tot gehen. Kommt schon, Leute. Haut ihn um. Yes! Sehr gut. GG! Und die Millionen haben wir noch gepackt. Gut, DPS mäßig jetzt nicht das beste Ergebnis. Aber egal, damit kann ich ausnahmsweise mal leben. Das war es jedenfalls für heute. Schöne, spannende Runde. So lieben wir das. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.